So ein schöner, luftiger Sauerteig ist die Grundlage für die besten Brote überhaupt. Du hast keine Lust, zwei Wochen lang einen Teig zu füttern und dabei ewig viel wegzuschmeißen? Dann bist du hier genau richtig. Gibt man dem Teig ausreichend Wärme, kann man schon am dritten Tag ein bekömmliches, leckeres Brot ansetzen. Zuerst mal brauchst du ein Glas. Ich nehme hier ein altes Joghurtglas. Ausspülen, für die Optik das Etikett abschrubbeln und wir sind bereit. Tipp, falls der Kleber nicht gut abgeht, hilft Nagellackentferner oder Reinigungsbenzin. Dann handwarmes Wasser reingeben, bis das Glas etwa halb voll ist. Und dann das Mehl. Am besten funktioniert Roggenvollkornmehl. Dazu habe ich auch nochmal ein Video verlinkt. Jetzt so nach Gefühl 3-5 Löffel Mehl einrühren und das Glas zuschrauben. Die Konsistenz sollte sehr flüssig sein. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung musst du hier nicht penibel sauber arbeiten. Gesucht ist ein elektrisches Gerät, was Tag und Nacht läuft und dabei immer schön handwarm ist. Hm. Und siehe da, der Internetrouter ist dafür perfekt geeignet. Die Idee ist zwar nicht von mir, aber ein Video dazu kenne ich noch nicht. Temperaturcheck, perfekt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es mit eurem klappt, dann könnt ihr ganz einfach die Leistungsaufnahme vergleichen. Viel mehr als hier gezeigt, sollte er nicht haben oder ihr müsst eben ein Stück Pappe oder so zwischenschieben. Jetzt wird das Ding flachgelegt und der Teig draufgestellt. Nach 24 Stunden war mein Teig schon sichtbar am Blubbern. Und nochmal zum Beweis, 28 Grad, das ist für den Sauerteig perfekt. Nicht nur die Blasen sind wichtig, sondern auch der Geruch. Mein Teig hier riecht intensiv nach Weizenbier, also ein ganz typischer Hefegeruch. Jeder Sauerteig ist verschieden, daher sind auch die Gerüche sehr verschieden. Bei mir hat der Sauerteig meist ein alkoholisches, joghurtähnliches, essigähnliches oder fruchtiges Aroma. Ein pH Meter braucht ihr natürlich nicht zu Hause. Ich will hier nur beweisen, dass der Teig sauer genug ist. Weitere Infos dazu findest du in der Videobeschreibung. Weiter geht's. Der Teig wird komplett ausgekippt, bis nur noch die Reste, die am Glas haften, übrig bleiben. Jetzt kommt wieder Wasser und Mehl dazu, was man Auffrischen nennt. Nach dem Verrühren kann man mit einem Gummi den Füllstand markieren und sieht so direkt das Wachstum. Hier ist der Teig der Einfachheit halber nach weiteren 24 Stunden auf dem Router. Der Teig ist aber schon früher bereit und zwar, sobald er sein Volumen mindestens verdoppelt hat. Und auch hier wieder, der pH ist niedrig genug. Für euch zu Hause ist der Geruch am wichtigsten. Wenn euch der Geruch nicht abschreckt, dann ist der Teig wahrscheinlich in Ordnung. Sonst einfach weiterfüttern und auf dem Router parken. Ich würde mich zwar schon trauen, den Teig jetzt schon zum Backen zu nehmen. Ich will aber empfehlen, nochmal eine Nummer sicher zu gehen und frische daher nochmal auf. Wer sich traut, muss den Teig nicht entsorgen. Ich mache daraus die weltbesten Pfannkuchen. Hier ist mir aufgefallen, dass der Router zeitweise doch etwas heißer sein muss, da der Boden etwas angebacken ist. Das war aber scheinbar kein Problem. Als nächstes suchst du dir ein Rezept aus. Ich bin hier auf unserer Homepage resulo.de, wo du viele EinsteigerInnen freundliche Rezepte findest. Mir gefällt heute das Roggenmischbrot besonders gut und ich lese jetzt nach, wie viel Sauerteig ich für das Rezept brauche. Das findest du hier in der Tabelle Sauerteig. ASG steht für Anstellgut und bezeichnet genau den Teil des Sauerteigs, mit dem wir unseren Brotteig impfen. Also genau das, was wir jetzt ansetzen. Die Gesamtmasse, hier 101 Gramm, teilen wir durch 2 und erhalten so 50,5 Gramm. Das runden wir grob auf 51 Gramm auf und wiegen jeweils so viel Mehl und Wasser ab. Damit haben wir genau die Menge, die wir für das Rezept brauchen und es bleibt nichts übrig. Nach 5 bis spätestens 12 Stunden hat sich das Anstellgut verdoppelt und du bist bereit, mit dem Rezept loszulegen. Bei dem kommt alles in eine Schüssel, bis nur noch eine minimale Menge am Glas haftet. Dieses schrauben wir jetzt zu und stellen es ganz einfach bis zum nächsten Mal in den Kühlschrank. Jetzt nach Rezept den Teig ansetzen und warten. Der Vorteig sieht schon mal super aus. Und auch das Brot ist wunderbar aufgegangen. Mit dem Endergebnis bin ich doch recht zufrieden. Das Rezept zum Beispiel Brot und einen Zeitplan, den du dir individualisieren kannst, habe ich dir natürlich in die Videobeschreibung gepackt. Bei Fragen bitte in die Kommentare schreiben, ich werde jeden Kommentar beantworten. Viel Spaß beim Nachmachen.